Oh mein Gott. Ich glaube es ist okay, das ist für eine Scheiße, Alter. Oh, endlich ein gutes Game. Jetzt komme ich. Alter. Game Struggles. Herzlich willkommen bei Game Struggles. Und dem Spielkirchen-Symbolator. Ein geschmackvolles Spiel. Guck mal, Sascha. Ich habe mir das extra für dich runtergeladen, weil... Zunge hat eine sehr natürliche Form. Guck mal unten, Deutsche. 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 Warum Deutsche? Ein geschmackvolles Spiel. Nimmst du auf, ey? Ja, ja, es läuft schon die ganze Zeit. Okay, alles lasch. Ich glaube, wir können nicht alles... Wir müssen mal ein Privatvideo für unsere Freunde hochladen. Das können wir nicht so hochstellen am Anfang, aber das wäre witzig für die. Okay, für uns mal. Ja, ja, ich habe fünf... War fünfeinhalb Minuten oder so. Ich sehe es direkt vor mir. Ist perfekt. Der Fernseher muss ein bisschen leiser, glaube ich, sonst sterben. Hallo, unsere Zuschauer. Die Mucke ist... So, also. Die Musik ist auch... Definitiv eine Lizenz frei irgendwo runtergeladen worden. Die blöden Midi-Drums, die man so hört. Ähm... Wie findest du auch... Ich finde, die Zunge und das ganze Artwork eigentlich ist einfach wunderschön. Muss ich sagen. Hilfe! Guck mal, wenn du... Hilfe! So, der Sascha hat noch keine Idee, um was es geht. Soll ich dich mal spielen lassen? Fang du mal an oder gib mir... Ich übergebe es dem Sascha. Okay. Und hoffe, dass er sich danach übergibt. Von dem... Fernseh-Pizze... Tut mir leid, aber du bist jetzt am Leben. Was? Dein Zustand könnte sich verbessern, wenn du eine Mission hättest. Hey, wie wäre es, wenn du die Menschheit infiltrierst und vernichtest? Oh, nee. Cyberpunk. Ja, Cyberpunk. Mealfood 1, Mealfood 2. Okay, versuch uns so abstoßend wie möglich zu machen. Dann wäre es so eine ganz käsige Farbe vielleicht. Ich weiß nicht. Ich mag Käsefarben. Das ist... Ich finde, guck mal, das hier... Das hier und das hier hat... Na gut, doch, ein Unterschied ist schon... Das ist auch eine komische Anordnung, gell? Ja, schon. Vor allem, ist dir bewusst, dass du jetzt... Warte mal, kann ich die Haare direkt verändern? Ist dir bewusst... Ah, ja. Oh, nee. Ist dir bewusst, dass ich dich gerade auf drei Hautfarben reduziert habe, als ich gesagt habe, mach uns so hässlich wie möglich. Egal, ob ich... Du kannst keinen Schwarzton jetzt mehr nehmen, weil sonst wirst du voll... Ah! Das ist genau das Problem, was ich auch gedacht habe. Aber die sehen, was willst du... Ja, das ist echt so. Jetzt hast du voll... Wir brauchen einen guten Kontrast, auf jeden Fall. Genitalien bestimmen. Null oder eins. Was? Genitalien? Melanin steht da. Ah, jetzt. Also ich habe nur Genitalien. Genitalien. Dann bin ich eine Frau. Oder bin ich dann ein geschlechtsloses Wesen? Ach so. Es gibt noch Mann und geschlechtsloses Wesen, oder wie? Das ist ja sexistisch. Guck mal hier. Oh Gott. Also wollen wir eine Frau... Das ist die Frau? Ja. Ich... Alter, was hat die für eklige Haare? Folgt, das ist was hier... Ja, okay. Also ich glaube... Also sollen wir eine Frau spielen, die den Mann verführt? Oder einen Mann, der die Frau verführt? Ah. Ich finde, dass man nur nicht... Das sieht abgefahren aus. Oh. Das nehmen wir. Du bist eine perfekte menschliche Nachbildung, der Gipfel unserer Technik. Hey, warte mal. Kannst du zurückgehen? Warum denke ich hier die menschliche Gehirn? Nee, kann nicht mehr zurück. Das Problem ist, man sieht den Mund irgendwie nicht so gut, weil es so krass dunkel ist. Jetzt warte mal ab, wie es bei der Bewegung ist. Bewegung rechnt, Stick. Das ist ja ein Roboter. Guck. Ja, natürlich ist es ein Roboter. Ich dachte, wir wären vielleicht geklont. Das war wirklich inspirierend. Ich bin sehr gut inspiriert. Gut, jetzt, wenn du ausreichend motiviert bist, wirst du dann... Hallo. Guck mal, wie es flattert. Wie es flattert. Es flattert übelhässlich. Das ist beschissen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, nee. Zungenkamera. Oh, nee, Alter. Ich kotze. Drücke mit deinem ekelhaften Zungenmuskel auf die... Da steht ohne Witz. Drücke mit deinem ekelhaften Zungenmuskel auf die grüne Tasse. Oh, was für eine... Oh, auf die da... Warum fallen dir die Zähne aus? Was? Warum näht es wieder? Was ist das für ein Spiel? Oh Gott, die Haare sind furchtbar. Sie sieht aus wie Miss Doubtfire in Dunkelhäulich, ne? Guck mal, so... Und für die Körperhaltung auch? Warte, Karen hat uns gebeten, sie bei dieser Nahrungsausgabe für Menschen zu treffen. Wir kennen den Grund dafür nicht. Vorsicht ist geboten. Sie können den Verdacht hegen, dass wir die Vernichtung der Menschheit... Oh Gott, das ist geil. Don't help me, he's up now. Der versteht ja wahr für euch, der nicht. Hallo, Mitmensch. Jetzt musst du halt... Das musst du jetzt sagen. Du musst auf die grüne Taste. Ja, ich weiß, aber ich hau mir alle Zähne raus. Misstrauen. Nicht kurz. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist okay, das ist für eine Scheiße, Alter. Alter, die Grafikfehler. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Wir sind währenddessen der ganzen Zähne, alle Zähne aus dem Mund gefallen und ich habe ganz komisch rumgezogen. Ich glaube auch, dass ihr Büro aufgehört, weil nichts bahnt sich an. Ich bin nur ein normaler Mensch. Das musst du jetzt sagen. Wie geht es? Du musst das Wort nichts? Ja. Ich will die Zähne auf der anderen Seite noch. Wie kriege ich die? Sie hat viel mehr Misstrauen jetzt. Ja, natürlich. Und du wohl auf der Nase. Wer hätte keinen Misstrauen? Was soll das machen? Deine Nase? Wie geht das Spiel? Gefunken aus der Nase, Alter. Das ist so hässlich. Alter. Das ist total bekloppt. Immer diese Pfeiltaschen und dann da oben mit der Zunge. Oh Gott. Ich sterbe. Alter, das halte ich nicht aus. Ja, sieben Folgen. Im Leben nicht wieder. Probier es mal. Probier es. Es ist unfassbar. Warte, das Misstrauen ist gleich am Ende. Oh nein. Höchst verdächtigt. Infiltration fehlgeschlagen. Wer hätte es gedacht? Okay, nächstes Mal bei Game Circus. Wir kamen doch so menschlich rüber. Ich dachte es auch. Aber, oh Gott. Warum habe ich jetzt so eine andere Uhr? Alter, okay. Geil. Ich freue mich. Nächste Folge. Ich probiere es auch mal.